So damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei SPACE ENGIS. Heute mal mit Facecam. Ich hatte das am Samstagabend. Ja Samstagabend war es mit dem Livestream und hat euch das erklärt, warum, wieso, weshalb. Also einfach mal so ein kleines Schmanker. Ja kann man vielleicht so sagen. Und ich habe überlegt, die Solarzellen, ob wir die nicht vielleicht hochkant anbringen. Aber es sind 4 Blöcke. Ne lassen wir so. Das ist schon ganz Solarzellen. Mal schauen. Hier ist es auf jeden Fall ein bisschen angenehmer zu machen als jetzt in unserem Livestream, wo wir ja ordentlich Besuch hatten. Entsprechend. Oh, da, guck mal, da ist einiges. Das kann auch weg. Genau. Und dann, ja, hier, komm. Oh, nicht drauf da. Toll. Einfach erstmal so schön gegen die Wand geflogen. Das ist eigentlich auch egal. Jetzt will ich nur überlegen, ob man hier in der Mitte so einen Pfeiler setzt. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt warte mal, schweißen das erstmal. Ach, Träger fählen. Träger. Ja, ohne Strom brauche ich mir da gar keine Gedanken machen, ob wir da vielleicht irgendwo mit hinfahren oder nicht. Weil dann fahren wir definitiv nirgendwo hin. Okay, sehr schön. Das funktioniert. Dann das hier. Genau. So. Dann reicht das eigentlich. Dann haben wir auf jeder Seite drei Stück. Also, das reicht nicht für wirklich viel, aber zumindest, dass man sich bewegen kann. So, Computer und Solarzelle. Äh, da kommt das sich nicht. Ja, doch da. Und. Ja, sehr schön. Wir haben vielleicht ein paar viele Träger dabei. Ich dachte eben, ich hätte da oben was gesehen, aber okay. So. Oh, das hat sogar ein bisschen Strom. Ich glaube es ja nicht. Dann geht das sogar mal zu. Bringt bloß nichts, weil. Wir haben keine Batterie installiert. Also, zumindest noch keine, die fertig ist. Ja. Das ist das größte Problem. Oh, na, sie juckt. Oh, da ist irgendwas. Hunchback Dropship. Na, das kommt nicht wirklich näher. So, Computer und Energiezellen. Wir müssen nämlich definitiv mal eine Batterie hier basteln. So. Computer hatten wir jetzt irgendwie keine mehr. Und Energiezellen. Da sehe ich jetzt auch keine. Ich suche mal danach. Nein. Computer. Doch, da sind noch welche. So, aber Energiezellen brauche ich. Oh, sind sie da. Ja, machen wir 200. Was mich jetzt eigentlich nur bewundert ist, dass wir so wenig Silizium, okay. Ich würde sagen, hier ist eigentlich genug von vorhanden. Ja, was ist denn? Geht auch. Aber es braucht mega lange. Achso. Da holt man sich das schon, ja. Da klaut man mir jetzt einfach die Sachen. anfangen. Okay, was haben die jetzt hier angefangen? Hm. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hm. Ja, es bleibt immer noch da oben, ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, gar keine Waffe. Ne. Eine Waffe haben wir nicht. Schade. Hm. Würde mich aber echt interessieren, wo sie es hinpacken. Das geht jetzt dann doch relativ schnell, ne? Ja, wie gesagt, zumindest eine muss fertig werden. Damit wir, ups, ne, komm. Jetzt müssen wir ein bisschen Energie speichern. Komm, weil der braucht ja eigentlich gerade aktuell gar nichts. So. Was, hatte ich da schon genug Computer drin? Ja, okay. Also wirklich nur Energiezellen ist alles. Okay, nochmal 15 nachschieben. Uh, da. Ja. Nur noch ein paar, dann haben wir es geschafft. Ah, es kann natürlich sein, dass er hier, ne? Ja, ja, stimmt. Das braucht ja auch Energiezellen. Ah, total vergessen. Stimmt ja. Ah, was war da hier? Sagen wir mal, 100 weg. Dann können wir wieder ein bisschen mehr mitnehmen. Äh, was sind es hier mit Energiezellen? Das reicht fast. Ich glaube fast. Ja. Zwei Stück noch. Sehr schön. So. Sehr gut. Und was sagt er? In zwei Tagen aufgeladen. Und das obwohl er jetzt hier nur so minimal, aber eigentlich müsste es gleich weg sein, weil da kommt ja eigentlich nicht wirklich viel Strom rein, ne? Ne, nicht so richtig. So, das war jetzt hier was? Achso, das war Power Upgrade. Okay, auch nicht schlecht. Das andere war... Okay, Naniten, irgendwas. Achso, dass die weniger Strom brauchen, dass sie schneller sind. Genau. Und hier auch, ne? Konstruktions-Upgrade. Ah, Supraleiter, ne? Ja, ich sehe schon. Das ist auch fast fertig. Oh, wir packen das mal schnell hier rein. Seien wir ehrlich. Echt jetzt? Was zur Hölle? Ich habe das nur einmal angetickt. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Was ist hier gerade los? Ah, das läuft sowieso. Also, ich habe eben noch nie so lange Ladezeiten gehabt, wie bei dem eben, dem Versuch hier diesen Speicherstand zu laden. Und man merkt auch, die Performance ist irgendwie komisch, ne? Also, so richtig gut ist sie nicht. Also, noch schlechter als sonst. Ähm. Ich weiß leider nicht, was da los ist. Muss ich ehrlich zugeben. Frustriert mich etwas, denn so macht es keinen Spaß. Na komm. Wollen wir schnell die Batterien retten. 14 nur. Warum denn nur 14? Da muss aber mehr gehen. Ja, wäre gut. Wir sind fast voll da. Womit bin ich denn voll? Oh nein, jetzt sind die weg. Na, dann hat er die schon verbraten. Jetzt gerade für den Scheiß da. Naja, ist schon die Energiezelle drüber. Egal. Die nehme ich jetzt. Ich brauche die jetzt hier für dringender als dafür. Genau. Sehr schön. Zumindest zwei sind schon mal da. Das ist gut. Ah, komisch, oder? Ja, ist klar. Der will erst mal sich selbst und dann kümmert er sich um andere. Ja, was sollst du was? Ja, reicht das eine. Speed Upgrade oder Construction Upgrade. Das ist wichtig. Das kann ich verstehen. Ähm. Das soll er machen. Und bei dem Rest, ja. Machen wir das später mal irgendwann. Na gut. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.